Jetzt, okay, alles klar. Passt so? Gut, dann fange ich an. Ich heiße Sie herzlich willkommen, ganz offiziell im Namen der Firma Polytech. Mein Name ist Robert Möhrl und ich bin Vertriebsingenieur für sogenannte Laser-Doppler-Vibrometer. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man mit unseren Vibrometern Schwingungen nicht nur punktuell, nicht nur flächig, sondern dreidimensional darstellen kann und wie unsere patentierte Q-Tech-Technologie ihre Messungen noch schneller, noch einfacher und effektiver macht. Bei wem der Vortrag dann Interesse weg, der findet uns am Stand 347 oder einfacher gesagt genau auf der anderen Seite des Forums. Gut, zunächst einmal möchte ich Ihnen erklären, welchen Zweck hat so ein Laser-Doppler-Vibrometer. Dafür gehen wir einfach Begriff für Begriff durch. Scanning heißt, ich habe eine Fläche, ich habe eine Geometrie, die ich komplett vermessen möchte. Laser heißt, ich habe Licht als Sensor, ich messe also berührungslos. Doppler heißt, ich benutze den Doppler-Effekt als physikalische Grundlage, der mir besagt, dass Frequenzverschiebungen proportional zur Objektgeschwindigkeit sind und diese Frequenzverschiebung kann ich mit einem Interferometer messen und detektieren. Also kurz gesagt, ich kann mit Scanning-Laser-Vibrometern Schwingungen verständlich darstellen. Ich kann somit Dynamiken besser vergleichen und ich kann Akustik sichtbar machen, beispielsweise Bremsen quietschen. Ich kann also auf Flächen Hotspots darstellen. Wo ist mein höchster mechanischer Stress? Wo sind akustische Ursprünge für Geräusche? Und ich kann auch mit Scanning-Vibrometern meine rechnerischen Modelle validieren. So, um auch die Vorteile eines Scanning-Laser-Vibrometers noch mal zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen zunächst die Eigenschaften von Licht noch mal näher bringen, weshalb wir ein Laser als Sensor verwenden. Und zwar hat Licht keine Masse. Das heißt, gerade bei sehr kleinen Objekten, wer von Ihnen schon mal mit Beschleunigungssensoren gearbeitet hat, bringe ich eine Masse auf und diese verschiebt mir meine Eigenfrequenz und somit auch meine Dämpfung. Licht ist robust. Was meinen wir damit? Ich kann mit einem Laser auch auf sehr heißen Bauteilen messen oder auf sehr kalten. Ich kann auf rotierenden Bauteilen messen und ich kann auch durch Scheiben messen oder durch Flüssigkeiten. Licht ist flexibel bezüglich des Messabstands. Was meinen wir damit? Einige kennen vielleicht Triangulationssensoren. Wir haben einen variablen Arbeitsabstand dank Autofokus von wenigen Millimetern bis zu mehreren hundert Metern können wir mit so einem Laser-Vibrometer Schwingungen detektieren. Licht ist flexibel bezüglich des Messpunkts, was wir uns beim Scanning-Verfahren zunutze machen. Ich kann nämlich einen Laser einfach über einen Spiegel ablenken. So kann ich auch schwierig erreichbare Punkte einfach vermessen. Und Licht ist flexibel bezüglich der Auflösung. Wir haben ja kein bildgebendes Verfahren, was irgendwo abhängt von einer Pixelauflösung oder von einem Objektiv. Und Licht kann fokussiert werden. Das heißt, ich kann Spotgrößen erreichen, die wenige Mikrometer groß sind. Teilweise bis unter einem Mikrometer, womit es auch für sehr kleine Messobjekte geeignet ist. So, jetzt habe ich Ihnen erklärt, was sind alles die Vorteile. Jetzt möchte ich Ihnen aber auch mal erklären, was ist denn jetzt eigentlich die Funktion von so einem Scanning Laser-Vibrometer. Und zwar kombiniere ich mehrere Einzelpunktmessungen zu einer Flächenmessung. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt hier mal kurz zeigen in einem Video. Sie sehen hier einen Scanning Messkopf, verbaut ist eine Kamera und ein Spiegel, der den Laser umlenkt. Und als Messobjekt sehen Sie jetzt gleich eine Getriebeglocke und die Anregung erfolgt über einen Modalhammer, einen automatischen. Und jetzt im Videobild sehen Sie ein Messgitter und für jeden Messpunkt erfolgt eine Anregung durch den Modalhammer. Wir reden hier auch von experimenteller Modalanalyse. Und wenn die Messung beendet ist, erhalten Sie so eine Schwingform und haben sofort ein Verständnis. Das Gleiche funktioniert natürlich auch für selbsterregte Objekte, wie hier so ein Staubsauger-Roboter. Hier reden wir jetzt von operativer Modalanalyse. Auch hier wandert der Laser wieder ein bestimmtes Messgitter ab. Und auch hier erhalten Sie am Ende wieder eine Betriebsschwingform. So, weshalb ist es jetzt so wichtig, nicht nur eindimensional, also in einer Richtung, sondern dreidimensional zu messen. Fangen wir an einem einfachen Beispiel an. Wir haben eine Platte, beispielsweise eine einfache GFK-Platte. Hier ist die ganze Bewegung, die ganze Anregung, die Eigenmoden finden alle in einer Richtung statt, out of plane. Alles findet außerhalb der Ebene statt. Wir brauchen also nur eine Richtung, gleich ein Laserstrahl, um akustische Schwachstellen zu finden, bewerten und dann auch später zu beseitigen. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass viele von Ihnen eher komplexere Geometrien haben und nicht so eindimensional, wie zum Beispiel hier, das ist ein E-Roller. Also haben wir nicht nur eine Ebene, nicht nur out of plane Bewegung, wir haben auch in plane Bewegung, also Querbewegung. Also um eine räumliche Bewegung zu detektieren, brauche ich also drei Laser. Und mit den Daten von diesen drei Lasern kann ich dann natürlich auch wieder Schwachstellen finden und bewerten. Und zusätzlich kann ich diese Daten auch in meine Simulationsprogramme einfließen lassen und gleich weiterverwenden. So, wenn wir von 3D reden, dann reden wir natürlich nicht nur von Schwingformen, sondern auch von Geometrien. Auch hier bietet unsere Software verschiedene Möglichkeiten, Geometrien zu importieren oder zu verwenden. Und zwar die einfachste ist, die Geometrie ist für uns eigentlich irrelevant. Das heißt, ich richte meinen Scanning-Messkopf aus vor das Objekt, definiere mir ein Messgitter, führe die Messung durch und lasse mir die Schwingung animieren. Ganz einfach, sehr schnell und flexibel. Die nächste Möglichkeit ist, ich erstelle mir ein eigenes CAD-Modell. Wie funktioniert das? In unseren Messköpfen ist ein Distanzsensor und der gibt jeden Messpunkt eine 3D-Koordinate. So erzeuge ich aus einer Fläche dann einen 3D-Körper, den ich auch mit CATIA-Programmen zum Beispiel weiterverwenden kann und kann mir das auch gleich entsprechend dreidimensional darstellen lassen. Und die most sophisticated Variante ist, ich kann mir natürlich auch bereits vorhandene Geometrien aus CAD-Programmen, aus FEM-Programmen importieren und habe so gleich mein festes Koordinatensystem und auch entsprechende Punktnummerierung, ohne dass ich das irgendwo im Post-Processing nachbearbeiten muss. Als Daten sind da alle üblichen Dateiformate. In der Automobilindustrie ist es der ASAM-ODS-Standard und in der Industrie STL-Formate, UFF, alles übliche Formate, die wir in unserem Programm verwenden können. So, jetzt haben Sie gesehen, wie so eine Messung aussieht, wie ich Objekte importieren und darstellen kann. Jetzt möchte ich Ihnen noch erklären, wie so ein 3D-Scanning Vibrometer Sie bei Ihrer Produktentwicklung unterstützt. Dazu auch noch mal ein kleines Video. Ein 3D-Scanning Vibrometer ist ein äußerst leistungsfähiges und hilfreiches Werkzeug, um Ihre Produktentwicklung zu optimieren. Sie verkürzen Ihre Entwicklungszeiten und erhöhen Ihre Produktqualität. Und zwar indem Sie Ihre bereits berechneten Modelle validieren. Sie können Ihren eigenen Modaltest definieren, können entsprechende Parameter definieren. Der Scan läuft dann vollautomatisch ab, wird permanent von unserer Software überwacht und als Resultat erhalten Sie eine aussagefähige Animation, die Sie dann auch im Post-Processing weiterverwenden können. Sie sehen jetzt noch mal unsere 3D-Messköpfe und auch wieder die bereits bekannte Getriebeglocke. Die Spiegel lenken diese Laser wieder drüber. Und für eine 3D-Messung muss ich Ihnen sagen, ist es äußerst wichtig, dass die Messköpfe ihre Positionen zueinander kennen, um einfach die einzelnen Raumvektoren zu berechnen. Und dieses passiert mittlerweile vollautomatisch bei uns, was einen sehr hohen Bedienungskomfort erzeugt. Und dank unserer mittlerweile seit drei Jahren verwendeten patentierten Q-Tech-Technologie erzeugen Sie auf allen Oberflächen beste Ergebnisse. So erzeugen Sie auch Ergebnisse, denen Sie wirklich vertrauen können. So, was ist jetzt dieses Q-Tech? Das größte Problem, wenn ich mit optischen Sensoren messe, ist, dass ausreichend Licht von meinem Messobjekt zurückreflektiert wird. Das heißt, der Signallevel hängt stark davon ab, wie viel kommt von meinem Messobjekt zurück. Man kann sich vorstellen, dass besonders dunkle Kunststoffe oder wenn ich sehr schräg messe, dass das zu Problemen führen kann. Dank Q-Tech ist das aber jetzt nicht mehr der Fall. Q-Tech bedeutet Multi-Detektor-Technologie. Das heißt, ich nutze auch noch das letzte Quantum-Licht, was mir vom Messobjekt zurückgestreut wird. Sie sehen jetzt hier auf der Seite zwei Diagramme, oben ohne Q-Tech und mit Q-Tech. Die blaue Linie ist die Out-of-Brain-Komponente, also was sich Richtung Laser oder Messkopf bewegt. Die rote ist, was sich schräg dazu bewegt. Man kann jetzt erkennen, okay, blau ist vielleicht noch relativ ähnlich, aber bei rot ist oben überhaupt nichts zu erkennen. Dank Q-Tech können Sie aber jetzt auch die Antiresonanzen selbst bei den In-Plane-Frequenzen oder In-Plane-Moden ganz klar und deutlich identifizieren. So, also kurz zusammengefasst, was macht Q-Tech? Welche Vorteile hat es für Ihre Messung? Es ist bis zu zehnmal schneller, weil ich keine Oberflächenvorbereitung mehr benötige. Viele von Ihnen kennen das vielleicht, die schon mal damit gearbeitet haben. Es gibt reflektierende Folie, es gibt Sprays, die die Reflektivität verbessern. Ist dann Q-Tech wirklich nicht mehr notwendig? Schauen Sie sich draußen an. Wir haben da einen ganz tollen Versuch vorbereitet. Ich bin weniger abhängig vom Einfallswinkel und dadurch vergrößere ich meinen Messbereich, den ich auf einmal aufnehmen kann. Somit brauchen Sie weniger Messpositionen, um auch komplexere Geometrien zu vermessen. Und ich erzeuge natürlich, weil ich bessere Rohdaten habe, auch vertrauenswürdigere Daten und bin auch im Post-Processing entsprechend schneller. Außerdem benötige ich auch weniger Ermittlungen. So, für die, die noch nicht mit Laser-Vibrometern gearbeitet haben. Ja, schön und gut. Was meint der Mann hier vorne eigentlich? Jetzt ein kurzes Video. Was ist Q-Tech? Und zwar sehen Sie hier eine Hand. Sie sehen hier oben einen Laser und eine Hand. Der Laser ist nicht fokussiert und die Hand bewegt sich vor und zurück. Und Sie sehen hier unten jede Menge Signalaussetzer. Eine Hand ist in der Technik sehr ungünstiger Oberfläche. Ist sehr rau, wenig reflektiv. Ist sehr herausfordernd für optische Medien. So, jetzt sehen Sie den gleichen Versuch mit Q-Tech an. Enabled. Die Hand wieder bewegt sich vor und zurück. Der Laser ist nicht fokussiert. Sie haben immer ein perfektes Signal. So, was sind jetzt eigentlich diese Aussetzer? Dazu möchte ich Ihnen eine wichtige Eigenschaft von Licht erklären. Oder von Lasern besser gesagt. Und das ist die Kohärenz. Kohärenz bedeutet, dass das ausgestrahlte Licht, was ich habe, eine konstante oder Phasenbeziehung hat über Zeit und über Ort. Also sind Laserstrahlen interferenzfähig. Sie kennen, es gibt da zwei Interferenzen. Es gibt einmal die destruktive Interferenz. Das heißt, wenn die Phasen gegenseitig sind, läuft sich das Licht aus. Und wenn die Phasen gleich sind, rede ich von konstruktiver Interferenz. Jetzt hat so ein Laser natürlich auch einen gewissen Durchmesser, wenige Mikrometer, aber doch wahrnehmbar. Und eine Oberfläche ist ja nie perfekt glatt, sondern auch rau. Also wird der Laser an verschiedenen Stellen zurückgestreut. Und je nachdem, auf welcher Position ich mich befinde, kann es sein, dass ich ein helles Beckel erwische und etwas sehe, also ein Signal erhalte. Oder ich habe ein dunkles Beckel und habe einen Aussetzer und erhalte kein Signal. Hier nochmal als Video verdeutlicht. Sie sehen den Laser, wie er über die Oberfläche wandert und sehen helle und dunkle Speckels. So, jetzt habe ich hier einen Detektor und je nachdem, wo ich mich befinde oder auf einem hellen oder dunklen Speckel, habe ich einen Geschwindigkeitsverlauf und habe entsprechende Signalaussetzer. Wenn ich jetzt aber anstatt einen Detektor mehrere Detektoren verwende, hier im Video verwenden wir drei, in Wirklichkeit sind es mehr, ich darf Ihnen aber nicht erzählen, wie viele, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendeiner meiner Detektoren immer über einen hellen Speckel befindet. Sie sehen es hier im Signalverlauf. Wenn ich die also in Echtzeit auswerte, die Detektoren und kombiniere, erhalte ich somit immer ein super Signal. Jetzt sagen Sie, okay, ich konnte ja im Zeitsignal meine Bewegung oder meine Geschwindigkeit noch immer ganz toll feststellen, wie sich mein Objekt verhält. Ich möchte Ihnen aber mal die Auswirkung von so einem Dropout zeigen. Und zwar ein Dropout im Zeitsignal ist eine breitbandige Anregung im Frequenzbereich. Wir reden auch vom Impuls. Und zwar je kürzer der Dropout, umso breitbandiger die Anregung. Sie sehen jetzt hier unten, die rote Linie ist ein Signalverlauf ohne Dropout und hier oben die blaue Linie ist ein Signal mit Dropout. Wenn man es jetzt vergleicht, okay, die oberen Spitzen sind die gleichen Werte, ist alles gut. Allerdings die kleineren Amplituden und Resonanzen sind nicht mehr festzustellen. Man kann also sagen, Dropouts sind Offsets des Rauschniveaus. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen gezeigt, wie sieht so eine Messung aus, was kann man, was sind die Vor- und Nachteile, eigentlich nur Vorteile. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zur Datenerfassung und zur Verwendung sagen. 3D-Laser-Vibrometer kann man grundsätzlich für die verschiedensten Arten von Messungen verwenden. Sei es eine experimentelle Modalanalyse, da reden wir über Frequenzbereiche von 0 bis 20 kHz. Sei es die Charakterisierung von Ultraschallanwendungen, hier sind wir typischerweise im Bereich unter 100 kHz. Oder wir reden über zerstörungsfreie Rufung oder Oberflächenwellencharakterisierung. Hier sind wir auf jeden Fall im höheren Megahertzbereich. Grundsätzlich können wir mit unseren Geräten Frequenzen im Frequenzbereich bis 25 MHz detektieren und im Zeitbereich bis zu 60 MHz Samples. Und das bei maximalen Geschwindigkeiten bis 30 Meter pro Sekunde. Dann haben alle unsere Geräte auch noch die Möglichkeit, externe Sensoren einzubinden. Und unsere Referenzkanäle, das mir besonders wichtig zu erwähnen ist, verfügen über die gleiche nutzbare Bandbreite. Also ebenfalls bis 25 MHz, sodass Sie auch leicht Übertragungsfunktionen berechnen können. Und auch im hochfrequenten Bereich können wir immer noch Geschwindigkeiten bis 25 Meter pro Sekunde detektieren. Auflösung ist immer ein wichtiges Thema. Auflösung auch mit dem 3D-Vibrometer ist der Pikometer-Bereich. Nur zur Erinnerung, das ist 10 hoch minus 12. Ich bringe immer gerne als Beispiel in anderen Vorlesungen an Hochschulen, das ist ungefähr so, als ob ich den Mount Everest um die Höhe eines Virus verändere. Das könnte ich mit einem Laser-Vibrometer detektieren. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und außerdem schaffe ich dann modernster Videotringulation, Bildverarbeitung auch sehr kleine Laserspots, auch mit einem 3D-Laser-Vibrometer. Auch hier wenige Mikrometer groß. Gut, dann möchte ich Ihnen noch zeigen, wie sieht jetzt so ein Gerät eigentlich aus. 3D heißt, ich habe drei Messköpfe hier auf Einzelstativen, gibt es auch als Kompaktvariante. Dann haben Sie ein Frontend mit acht Referenzkanälen und bis zu vier Signalgeneratoren. Die können unkorreliert betrieben werden, sind also auch MIMO-fähig, Multi-Input, Multi-Output. Und ich habe einen Laptop zur Datenauswertung, kann aber auch als Rechner-Standalone-System verwendet werden. Und Sie sehen, es ist einfach und transportabel, passt auch in jeden Kofferraum. Gut, was noch? Jetzt sagen Sie sich, schön und gut, bei Polytech scheinen die nur Getriebeglocken zu vermessen. Ich habe aber größere Bauteile. Auch hier haben wir eine Lösung und zwar einmal so ein motorisiertes Stativ. Ich sage mal jetzt für so mittelgroße Objekte oder unsere sophisticated Variante. und so weiter.